Liebe Freunde, Fans und Mitverschwörer, am Freitag, dem 19. November 2010 gibt's in der Zentrifuge auf dem ehemaligen AEG-Gelände in Nürnberg das vorerst letzte Orgonautik-Konzert im mittelfränkischen Raum. Mit unserer charmanten Gastsängerin Doro Germaino am Start. Und ja, es geht los um 19 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr wirklich zahlreich erscheint. Dann gibt's eine wunderbare Party und insofern wäre es schön, euch zu sehen. AEG-Gelände, Zentrifuge, Freitag, 19. November 2010, um 19 Uhr. Ja, es geht los.